Ich hab da mal Lava gesetzt und jetzt nehme ich auch Wasser. Okay, mach mal. Was willst du damit machen? Das hier alles wegmachen, dieses blöde Lava. Okay, nimmst du mal die Pickaxe mit? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nimm mal die Pickaxe mit. Oh Gott, oh Gott. Die letzte Episode war sehr, sehr erfolgreich und heute, Holly. Ja? Geht es weiter? Wir müssen mehr Diamanten finden. Schön, und dann werden wir verzaubern und kämpfen, bis um Leben und Tod. Ich trete bei. Gut, ich trete bei. Ich bin da. Okay, ich geh auch rein. Hinter meinem Eisenglock hab ich mich versteckt. Sehr sexy. Bist du echt in einem... Achso, wir können uns auch gar nicht bewegen. Ich dachte, was ist denn das für ein Monsterleck? Ja, ich dachte auch schon. Wir sind so blöd. Ich bin schon sehr blöd. Wer ist hier drauf? Skate und Basti. Ja, okay, die kriegen wir. Komm, lass uns die töten. Lass uns die töten, okay. Ich baue erstmal eine Diamantspitzsacke. Was? Ne, Diamantspitzsacke? Oh Mann. So eine Verschwendung. Es ist keine Verschwendung. Es ist notwendig. Du musst kotzen bei dieser Verschwendung. Aber okay. Weißt du eigentlich, ob man... Wir können... Warte mal. Wir probieren das einfach mal so aus, bevor ich jetzt irgendwas mache. Ob man das auch damit abbauen kann. Und ich denke nämlich nicht. Mit einer Eisenspitzsacke kann man kein Obsidian abbauen. Ähm, weiß ich nicht. Da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Kann man nicht. So, dann hatten wir den Beweis. Es ging einfach gerade nicht. Wir brauchen bloß eine davon. Oh Gott, so eine Verschwendung. Du hast recht. Ich fühle mich schlecht dabei. Ich suche hier gerade weiter. Ich suche weiter. Die sind doch in der Nähe von Lava meistens, oder? Diamanten? Ja, ganz genau. Genau. Was habe ich denn gerade gemacht? Was ist das denn? Entschuldigung. Weiß nicht, was du da treibst, Mann. Aber treib es gut. Ich treib es echt gut. Ich treib es weit und ich treib es hart mit diesem Obsidian hier. Okay, okay, okay. Ich geh schon mal hier. Wir brauchen vier, ne? Vier brauchen wir. Wupp! Nichts, der... Was hab ich getan? Der Block ist verbrannt. Nichts ist passiert. Alles gut. Oh Gott, ich dachte, du hast eine Hole gebastelt oder so. Ich hab keine Hole... Was ist denn los mit dir? Weiß ich nicht, Mann. Ich wollte es bloß einsammeln, aber es ploppte nicht in mein Inventar. Ich weiß nicht, wieso. So. Okay. Hoffentlich geht das jetzt hier. Ihr wollt mich doch. Ich hab eh keinen Platz gerade. Warte mal. Es ist irgendwie grad ziemlich knifflig mit dem Abbauen, aber wir werden das hinbegucken. Heilige Scheiße, ist das hier eine Höhle. So, das kriege ich jetzt auf jeden Fall. Ich hoffe, ich find's zurück, Mann, Isen. Du weißt, wo ich bin, oder? Ich weiß nicht, wo du bist. Du bist einfach abgehauen. Du bist allein losgezogen und hast gesagt, ich werde jetzt die Welt erkunden. Ja, ich möchte ein bisschen was dazu machen. So, warte mal. Schmeiß ich denn jetzt weg? Sunflowers? Braucht kein Mensch. So. So, ich hol jetzt Diamanten. Noch ein paar Diamanten. Ich bin jetzt auf Diamantensuche. Bin so blöd, Mann, Junge. Boom, 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 boom. Hör auf damit. Hör auf blöd zu sein. Weißt du, warum ich blöd bin? Weil ich einfach keinen Platz im Inventar hatte gerade. Ganz oft. Ja. Jetzt hab ich aber Platz im Inventar. Alles gut. Alles gut. Du, 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 du. Wir haben zwei Blöcke. Okay. Gleich haben wir drei. Dann haben wir vier. Und dann war's das. Mehr brauchen wir nicht. Oder? Brauchen wir mehr als vier? Weiß nicht, weiß nicht. 1, 2, 3, 4. Ich glaub, wir brauchen bloß vier. Zur Sicherheit nehme ich mal fünf mit. Okay, sehr gut. Ich seh hier keine Diamanten. Das ist echt kacke. Ich dachte hier wird's jetzt sprudeln. Naja, du musst die Augen offen halten, ja. Du musst die Augen offen halten. Wir können auch mal stripminen kurzzeitig. Auch wenn's scheiße langweilig ist. Ja, 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 ja. Das gehört aber auch leider dazu, Mann. Das gehört auch leider dazu. Und da muss man auch mal sagen, hey, tut mir echt leid. Ja, da muss man echt sagen, ja. Entschuldigung bei allen, aber es gehört dazu. Das gehört einfach dazu. So, ich hab jetzt alles, was wir brauchen. Das können wir stehen lassen. Du, 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 du. So, ich leuchtet das so. So, ich komme. In welche Richtung bist du abgezogen? Geh einfach in irgendeine Richtung. Dort, wo eine Fackel ist. Dort bin ich. Du, da hinten ist es, ey. Oh, Pixelwolf und so sind hier. Let's do this shit. Pixelwolf, oh, wenn die jetzt kommen, ne. Ich raste aus. Oh, die werden bestimmt kommen, Mann. Die werden bestimmt kommen. Warte, erstmal muss ich den Weg zurückfinden. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Hier ist gar keine Fackel. Du bist gar nicht hier. Oh mein Gott, wo bin ich? Wo bist du? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Habe ich da gerade ein Namensschild gesehen von dir? Also, ich bin jetzt hier, wo wir uns ausgeloggt haben. Da bin ich immer. Okay, warte mal. Hier ist so ein Lavafluss. Der geht nach unten. Ja, oh Gott. Ey, ernsthaft? Du kannst doch einfach weglaufen. Ey, ich hab gesucht. Ich wollte... Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, sagst du. Lustige Geschichte. Mensch, das war vielleicht ein Tag, Officer. Okay. Oh Gott, was habe ich getan? Warte mal, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin immer noch hier. Ich sneak ja nicht mal. Ich bin einfach nur am Umrennen hier unten. Und ich sehe auch deinen Namen nicht. Ich sehe deinen Namen auch nicht. Ich sehe da nur einen Zombie oben. Verdammt doch mal, wo bin ich denn? Ich glaube, ich habe deinen Namen gesehen, oder? Echt? Ich hüpfe hier rum. Ich hüpfe hier rum. Ich bewege mich ein bisschen. In welcher Richtung? Weißt du, das kannst du so nicht machen. Du musst... Doch. Ich sehe dich, ich sehe dich. Du bist selten. Okay, ich habe dich gesehen. Ich komme mal in deine Richtung, okay? Das tut mir leid, Mann. Aber ich wollte mal nicht da rumstehen wie ein Idiot, sondern auch mal hier was suchen. Okay, ich komme. Da bist du. Holly AP. Hör dich aber... Über mir. Hier ist eine Fledermaus. Oh nein. Mach sie weg, mach sie weg, mach sie weg. Ich habe sie umgebracht. Sehr schön. Okay. Wir sind zu hoch für Diamanten, ne? Ist dir klar? Zu hoch? Ja, ja, aber guck mal, ich habe hier drüben was gefa... Oh, da ist ein Creeper gespawnt. Wir müssen ein bisschen runter. Ein bisschen runter. Lass uns den mal umhauen. Den Creeper auch. Den Creeper. Den Creeper auch lass mal umhauen. Nun komm doch mal her, Creeper, du. Oh nein. Einschlagen, du bist tot. Hießen. Ich bin nicht tot, Junge. Ich habe keine Panik geschoben gerade. Wir haben volle Rüstung. Jetzt krieg dich mal ein. Hier ist ein Lavasee. Das heißt... Hier unten. Hier unten wird es geil. Pass auf, hier. Weißt du, wo ich bin? Ja, ja, ich weiß. Dieser Lavasee, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass da nichts war. Hast du schon überall geguckt, Mann? Überall war ich da. Überall geguckt? Okay, ich glaube nicht. Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen einfach nur gucken. Ah, die Augen haben auch. Da ist ein Skelett oben. Du Teufel, wo... So, wie machen wir das? Da ist ein Diamant. Ich habe Diamant gefunden. Du hast nicht richtig geguckt. Ich wusste es doch. Ach, da bist du. Ernsthaft? Wo hast du Diamant gefunden? Wo? Der ist hier unten, Mann. Der ist hier unten. Der guckt unten runter. Mann, du verschissenes Wasser. Ich hasse dich. Hier, wo ich jetzt bin. Ich baue das mal kurz. Damit wir nicht reinfallen können. Da ist er. Okay, gut. Das ist natürlich jetzt mega peinlich von mir. Ich entschuldige. Du entschuldige. Soll ich jetzt unter dir abbauen? Den Block? Bitte. Okay, wir haben zwei. Hier gibt es bestimmt noch mehr, Mann. Hier gibt es bestimmt noch mehr. Bestimmt, Mann. Wir sind genau auf der richtigen Höhe jetzt. Wir sind genau auf der richtigen Höhe. Wir müssen uns mal vielleicht ein bisschen seitlich vorbeigraben hier oder so. Ja, ja. Gut, machen wir. Okay, mach du mal hier. Ich mache auf der anderen Seite. Also klar, aber schön Schiff drücken immer, Mann, bevor du hier ins Lava fällst. Bevor ich ins Lava falle. Ja, Mann. Wir machen so das seitliche Ding weg, ne? Oder baust du dich richtig rein? Okay, du baust dich richtig rein. Bisschen rein und dann wieder raus. Bisschen rein, wieder raus. Bisschen rein, wieder raus. Das ist das Spiel. Das kennt man doch. Ja, das Spiel des Lebens hier. Spiel des Lebens. Sind wir auf der richtigen Höhe? Warte mal. Die Lava wird nicht höher, oder? Das heißt, wir können hier uns einfach durchgraben? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Okay, gut. Ich will es hoffen. Wenn jetzt die Lava hier von der Seite kommt, dann bin ich ein bisschen unzufrieden. Wo bist du denn jetzt gerade? Ich bin auf der anderen Seite. Ich grabe mich weiter Richtung Lavasee. Also da, wo er hinfließt gerade. Okay, sehr schön. Einfach geradeaus weiter. Pass auf, dass kein Typ dich abknallt hier. Diese komischen Bogenschützen. Das wird schon nicht passieren. Ich baue mich mal wieder Richtung Lava. Ich sehe dich. Hallo, siehst du mich auch? Ich sehe dich auch. Ja. Super. La, 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 la. Okay, das ist gut. Was Blue so kann, das können wir auch. Das, äh, weil, was? Können wir? Also nicht, Mann. Ich will die Stimmung lockern. Ich will die Stimmung lockern. Ich habe Redstone. Oh, die Ley hat den Server betreten. Die haben wahrscheinlich unsere Folge gerade geguckt, die wir veröffentlicht haben. Und jetzt wissen die, wo wir sind. Ich glaube nicht. Ich habe Lappes La zu liegende Menge. Das ist gut. Und Diamanten. Na, heiß. Wo hast du die gefunden? Ich habe sie, ich habe sie. Die ist sogar noch ein bisschen Eisenspitzhacke. So, ich bin hier, siehst du mich? Du brauchst eine Eisenspitzhacke? Ja, habe ich überhaupt noch Sticks? Ja, ich habe Sticks. Ich habe ganz viel. Ich habe ganz viele Eisenspitzhacke, Mann. Ich habe ganz viele. Gib mal nicht. Ich bin da rüber. Wo bist du? Baue dich einfach rüber oder so. Keine Ahnung, aber lass dich abknallen. Lass dich nicht abknallen, Mann. Das bin ich kein Wasser. Okay, warte mal. Alter, ich habe keinen Bock auf so einen Scheiß, ne? Weißt du, was wir machen? Dann geh einfach zurück und wieder fort. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich water jetzt hier die Scheiße. Ja, man, water die Scheiße. Das ist gut, Mann. Wie sollen wir das nicht ganz Zeit so gemacht? Ähm, der Weg ist gebaut. Hier ist nochmal water. Siehst du das? So, ich bin drüben. Ich bin drüben. Sehr schön. Warte, ich komme hier lang. Gut gemacht, Mann. So. Ich habe eine Iron Pickaxe für dich und... Ne, warte mal. Iron wolltest du ja. Die ist halt kaputt, aber hey, immerhin. Ich habe nochmal Lava gesetzt und jetzt nehme ich auch Wasser. Okay, mach mal. Was willst du damit machen? Ähm, das hier alles wegmachen, dieses blöde Lava. Okay, nimmst du mal die Pickaxe? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nimm mal die Pickaxe, Mann. Oh Gott, oh Gott, diesen. Diesen. Ich freue mich. Ich komme nicht raus. Oh Gott. Geh ins Wasser, geh ins Wasser. Das war keine Scheiße, Junge. Alter, wie viel hast du noch? Vier Herzchen. Die Strömung ist stark. Okay, okay, okay. Wir machen das jetzt safe erstmal. Wir machen das jetzt erstmal safe hier. Alter, du kannst doch so eine Scheiße nicht machen mit mir. Wir werden schwarz machen. Alter, ich bin auch fast ohnmächtig geworden. Was ist denn los? Okay, okay, okay. Alles ist alles. So, das muss alles, das ist jetzt eine Mauer hier. Hier kommt nichts mehr durch. Oh mein Gott. Ey, du machst das nicht nochmal, bitte. Nie wieder. Okay. Wow, ich gebe jetzt hier diesen Eimer weg hier, weil ich brauche Wasser. Ach du Scheiße. Kann man hier irgendwie mitnehmen? Die Strömung ist stark. Ja, wir müssen mal kurz die, die zur, ähm, zum Ausgangspunkt der Strömung. Hast du jetzt die Pickaxe mitgenommen wenigstens? Ne, die habe ich gesehen. Welche denn? Ja, gib sie mal her. Hier sind Diamanten. Ja, die habe ich gesehen. Super. Warte mal, wir schneiden die Strömung mal kurz ab. Ja, ja. Okay. So, sieh mal ab. Oh man, Alter. Wuuuuh, ich habe schon den Tod gesehen. Das ist echt, wir können uns langsam mal was bauen hier, Schwerter und so einen Scheiß. Du hast echt, ich dachte, du bist, ich dachte, ich habe damit gerechnet, dass du tot bist, Junge. Ich wusste es einfach, dass du tot bist gerade. Vor allen Dingen, weißt du, ich habe Wasser reingekippt unter dir und dann habe ich gleich noch Lava weggenommen, weißt du? Oh man. Wow. Wie oft bin ich jetzt gestorben? Zweimal schon, zweimal bist du quasi gestorben. So, warte, ich baue uns mal, ich baue uns mal Schwerter. Oh, das Wasser ist weg. Ich baue uns Schwerter, okay? Baue Schwerter, baue Schwerter, baue Schwerter, man. So, hier liegt das Diamantschwert, siehst du es hier in Ecke, neben dem, ach, du bist schon weggelaufen, okay. Ich bin schon weg, wo ist die Eisenspitzsacke eigentlich? Ich habe immer noch keiner. Die habe ich hier, die habe ich hier, warte. Ich droppe dir halt das und das, ich kann nur noch eine bauen, also. Nice, ich habe jetzt eine, passt schon. So, ich schmeiße mal kurz die Sachen in die Lava, die wir nicht mehr brauchen, okay. Mhm. Das brauchen wir nicht mehr, ähm, das brauchen wir nicht mehr. Manche hat das mir auch gegeben, oh, sexy. Ja, ich habe dir alles gegeben, die Blumen, scheiß, wie heißt das, Pupi? Nee, Pupi, okay. Okay. Ich würde dennoch gerne nochmal zurückgehen, gerne. Mein Herz, mein Herz, ich habe schon. Ich dachte echt, ich dachte, es wäre vorbei, ne? Ich habe mir schon überlegt, was für traurige Musik ich darunter lege und wie ich es schneide. Schon wieder. Die Musik ist echt immer sehr traurig. So, warte mal, ich gehe nochmal kurz rum, rüber, ne, und bau da drüben noch ein bisschen weiter ab, weil ich weiß genau, da gibt es noch mehr Diamanten. Und auf der anderen Seite haben wir noch elf. Was wollen wir uns denn zuerst machen aus Diamanten jetzt? Ähm, Brustpanzer ist doch immer gut. Brustpanzer, dann mache ich dir erstmal einen. Weißt du, ich weiß genau, dass du ihn brauchen kannst. Und wir brauchen auf jeden Fall noch ein Diamant oder für den Versaubungstisch, oder? Ja, ja, ich habe noch drei. Ich habe noch drei, alles cool, man, alles easy. Wir müssen aber echt kämpfen gehen, langsam, ey. Wir müssen, lass uns doch erstmal hier überleben und weißt, es ist schon schwer genug, hier unten zu überleben mit dir. Ganz ehrlich. Wow. Ja, naja, weißt du, Stegi und so, die wären schon längst tot, aber ich habe mich da aus dem Lavastrom rausgehauen. Das ist unglaublich, wie du das geschafft hast. Ohne Mist, ich habe nicht damit gerechnet, ey. Ich dachte mir so, hey, ich will wieder so einen kleinen Titel, der heißt Tod durch Lava. Tod durch Lava. Du, das ist der Titel der Folge, Tod durch Lava, das ist, du warst tot, du warst sowas von tot. Meine Fresse. Ja, nahtod durch, warro, nahtod. Niemand überlebt sowas, außer du. Ja. Außer dir? Strip Mining, ja, Strip Mining ist auf jeden Fall gut. Bist du auf der richtigen Höhe? Äh, hoffentlich, ich bin auf deiner Höhe. Also, okay, dann bist du auf der richtigen Höhe, das ist okay. Kommen wir hier nicht langsamer, hier ist der Crafting Table. Gut. Hier geht es also wieder raus, das ist gut zu wissen. So, und da wären wir. Gut, da oben hast du schon alles eingesammelt, ja. Ich freue mich schon, die Folge zu schneiden, ey. Wuh, ey, ich war auch so schockgelähmt gerade, ne. Ich bin auch, ich weiß nicht, was ich weiß. Was zur Hölle, Mann. Ich glaube, ich hätte einfach aufgegeben an deiner Stelle, ich wäre einfach ertrunken, deine Lava. Das ist so wahnsinnig. Ich liebe jetzt das Leben, warum kämpfen wir eigentlich? Ich weiß nicht, wir sollten nicht kämpfen, wir sollten einfach nur Strip Mining, die ganze Zeit. zu zeigen. Ey, ich weiß nicht, solche Spannungen, das kommt nie wieder auf, nicht mehr in irgendeinem Kampf, das ist richtig krass gewesen gerade. Ich, das ist so unglaublich. Oh Mann, ich bin gespannt, wie ich wirklich sterben werde. Ja, das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, durch den, weiß ich nicht. Also, theoretisch müsstest du im Kampf fallen, weil du hast jetzt alles durch, weißt du? Ja, was fehlt denn noch, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Beim Enderdrachen sterben wir, keine Ahnung. Beim Enderdrachen sterben, wo bist denn du, bist du jetzt neben mir? Ja, so ein bisschen. Ich mach mal hier so einen Weg. Ah, du bist tatsächlich, ey, wir haben perfekt gemeint, Mann. Ja, hab ich das wirklich perfekt. Ich hab extra aufgeachtet. Ja, okay, dann geh ich jetzt zwei weiter. Ich brauch noch eine Eisenschmisssacke. Brauchst du noch eine? Ja, die hast du mir eine gebrauchte gegeben. Okay, warte mal. Dann müssen wir kurz mal zum... Ich stelle einfach hier was auf und dann bauen wir kurz eine. Okay. So, das war zu viel. Das wollte ich so nicht. Es tut mir auch so leid, wenn wir die Folge tot durch Labern, ne? Ey, das muss sein. Lassen ein paar Sticks, kannst du dann selbst was bauen nachher? Ja, danke, danke. Ich geh mal noch ein bisschen. Noch ein bisschen, ja, das ist wirklich tot durch Laber, Alter. Das muss sein, ey. Das ist ein Stein, seid ihr auch dabei. So, ich geh mal wieder in Richtung zurück, ne? Richtung zurück ist immer gut. Zurück gehen. Meine Fresse ist das knapp gewesen. Das war sehr knapp. Also noch so dreimal und ich werde tot. Also drei Treffer. Ich werde tot. Ja, tatsächlich, Mann. Warst du denn da oben schon? Also da, wo das Wasser herkam? Hast du das Wasser eingesammelt? Äh, ja, ein bisschen. Okay, vielleicht noch mich regel... Ich kann nicht mehr reden, jetzt. Ich geh da noch mal hin, sammle alles ein und dann gucken wir mal, was wir noch finden. Da oben. Puh, alter, warte, Mann. Alles klar, alles klar, wunderbar. Alles klar, wunderbar, super toll, juhu. Toll, 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 toll. Es ist unfassbar, dass wir noch zu zweit sind hier. Wo bist du denn? Jetzt muss ich wieder zurück können. Naja, klar, ich bin wieder am Anfang. Hier ist der Durchgang. Warte mal, wo war denn das jetzt? Wo bin ich zu dir gekommen? Hier war ich noch nicht. Doch, hier war ich schon. Ich bin jetzt wieder raus, ich verstehe es nicht. Oh Gott, ist hier Lava über mir? Okay, ich bin genau wieder hier, das passt doch. Oh, Diamanten! Du hast sie! Super! Eins! Ein Diamant. Oh, wir werden rausgekickt. Zwei! Okay. Und der dritte Diamant. Bleiben wir einfach hier stehen, oder was? Ja, einfach stehen bleiben, direkt weg damit. Direkt weg damit, so. Zack, 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 zack. Und... Raus hier! Uh, Diamanten und eine kleine Nahtoderfahrung, eine typische Varro-Aufnahme. Ja, das ist echt typisch. Und ja, vielen lieben Dank und tschüss! Tschüssi!